Mein Name ist Philipp Gesell und ich bin Projektmanager im Bereich Carport bei PMT. Die Anfrage von Bosch Solar haben wir Mitte 2019 erhalten und konnten dann auch innerhalb von einem Tag eine erste Planung mit Kostenschätzung abgeben. In den nächsten sechs Monaten haben wir einige Umplanungen vorgenommen und dann Ende 2019 die statischen Berechnungen und die Baugrunduntersuchungen beauftragt. Anfang 2020 konnten wir dann ein finales Angebot an Bosch Solar stellen, woraufhin das Carport auch beauftragt wurde. Nachhaltige CO2-neutrale Stromerzeugung hier am Standort zum Eigenverbrauch ist ein wichtiger Beitrag zur gesamten CO2-Neutralstellung des Standorts und außerdem bietet der Carport den Mehrwert für die Mitarbeiter und ihre Fahrzeuge im Sommer wie Winter trockenen Fußes hier zur Arbeit zu kommen. Der Projektumfang umfasst 1548 Kilowatt Peak bei der Verwendung von 5.160 Modulen und einer Dachfläche von 9.208 Quadratmeter. Bosch Solar zeichnet sich natürlich als Kunde mit weitreichender Expertise aus. Durch klare Kompetenzverteilungen und kurze Kommunikationswege konnte das Projekt in nur zwölf Monaten umgesetzt werden. In PMT haben wir einen sehr flexiblen, schnell agierenden Projektpartner gefunden, der mit uns hier zusammen dieses Projekt am Standort Eisenach realisiert hat und wir hoffen auf weitere Projekte an anderen Standorten, wo wir ähnliche Carports errichten können.